Ich bin fast neben dir. Okay. Alles klar. So. Gut. Perfekt. Also eigentlich lief es ganz gut. Ja. Problem ist halt. Fählen lebt halt noch zwei Glows. Ja. Aber es ist besser als wenn uns so viel fehlen würde. Oder wir wären gestorben oder so. Weil jetzt müssen wir theoretisch nie wieder Neta rein. Das war das letzte Mal, dass wir eigentlich in den Neta müssten. Aber ich weiß nicht. Sollen wir nächste Folge noch drin bleiben? Ähm. Wie meinst du? Für was denn? Ja. Für Ding. Ähm. Warzen suchen. Genau. Ich würde es halt so unwahrscheinlich finden. Aber wir könnten es theoretisch machen. Können ja. Weil wir wären jetzt. Ich würde eher nochmal die nächste Folge. Nur eine Folge Essen fahren. Damit wir genug Essen für den Rest haben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Lass es dann. Ja. Wir können ja im Neta auch suchen. Ja. Aber ich will halt auch noch Äpfel haben. Ich will Goldäpfel haben. Ja. Stimmt. Ja gut. Auf jeden Fall. Machst du jetzt. Wie wir immer gleichzeitig anfangen. Ja. Mach du. Du machst eh die besseren. Auf jeden Fall. Machst du jetzt von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Joerl und jetzt kommt zu. Einer bei der Folge. Im Video gerade. Le-chain. Mit dem Basti. Hi. Hallo. Hey sneak mal gleich direkt. Weil irgendjemand ist jetzt nochmal aufs Server. Und ich hab Skype nicht offen. Äh ja warte. Ich komm nicht rauf. Weil ich hab diese eklige Server Fehlermeldung. Warte mal. Ja ich glaub jetzt. Ja jetzt geht's. Ich bin gesneakt. Ah du hast ihn hier neben mir. Ich bin über dir. Ja. Lass mal zu bauen. Weak time. Wie heißen wir. Buzz. Ne warte. Ne ne. Doch. Buzz. Buzz. Das geht nicht. Oder wie ist es. Ist doch. Weak time oder. Weiß nicht. Warte. Slash time geht auf jeden Fall nicht. Ähm. Ja aber wir wollten. Also warte ich. Ich erkläre nicht alles. Wenn wir das alles jetzt ein bisschen geregelt haben. Wir können jetzt nicht feiten ne. Weil wir Essen brauchen. Ja ich hab noch ein paar Pilzsuppen. Aber wir brauchten jetzt noch ein bisschen Glowstone. Das war das Ding was wir brauchten. Lass mal da rüber gehen. Das wollte ich letzte Folge eh ne. Okay ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich hab noch ne Diamant. Okay ja. Wir bauen jetzt erstmal noch ein bisschen Glowstone. Damit wir unsere erste Rüstung dann haben. Also unsere erste. Glowstone und ähm. Wir haben hier Essen. Und ja. Ich sag jetzt mal kurz alles. Oh Gott der Pilz ist runtergefallen. Ähm. Auf jeden Fall. Ähm. Da unten ist was mit Kompressoren gebaut. Nur so. Ja das kann auch was unwichtiges sein. Ähm. Auf jeden Fall machen wir diese Folge 30 Minuten. Ähm. Ähm. Bei dir. Ja ich sag das nochmal für deine neue IT. So jetzt übrigens ähm. Nehme ich jetzt bei mir wieder auf. Kann sein dass die erste Aufnahme bei mir jetzt fehlt. Egal. Auf jeden Fall. Ich erkläre gerade den Plan. Äh. Und zwar noch mehrere Nähter Rüstungen uns holen. Damit wir sozusagen äh eine Protection 2 oder 3 Nähter Rüstung machen können. Heißt das gleiche nach dem gleichen Prinzip wie. Wie es schon mit den Bögen gemacht haben. Und ja das wollen wir jetzt. Wo bist du? Alter hinter dir. Komm hinter dir hinter dir. Jo warte. Ähm. Und ja wir werden auf jeden Fall mehrere Rüstungen machen. Und es war gerade eine Diskussion in der Kompi. Dass das Nether Portal angeblich äh mit Lava zugekippt wird. Wird ein Toon sein. Wo bist du? Ah ok. Ja hier weiter vorne. Und es sollte auf jeden Fall zugekippt sein mit Lava. Und. Ja das. Wir gucken da jetzt aber nicht. Weil da jetzt bei uns immer nicht jetzt hier drauf sind. Ähm. Und ja. Haben die noch was geschrieben? Ja die. Ja dann lass mal weiter. Wir suchen jetzt noch ein paar Pilze auch. Weil wir unbedingt essen. Oh. Richtige Party hier. Aber die waren auf dem Nether. Sinus hat den Screenshot reingeschickt. Ja. Also. Ganz ehrlich. Ich bin immer noch da wo ich vorhin so war. Ja komm mal hoch da. Komm mal hoch da. Ja ok. Wo bist du denn? ein Texture Pack weil das andere Texture Pack bei mir vorhin gebackt hat. Und. Vorhin vor ein paar Tagen. Und. Ja deswegen bin ich ohne. Hast du rote Pilze? Ähm. Ok. Ich hab nämlich nur braun. Und da hinten ist jemand. Gott da wirst du alter. Ich dachte schon höh ist da eh mal. Ok. Ähm. Dann lass mal ganz kurz jetzt die Rüstung. Was fehlt dir? Mir fehlt die Hose. Ähm. Hose? Hm. Mir die Schuhe. Ok. Ich hab einen Pilz jetzt. Ah da hinten sind noch rote Pilze. Ich seh sie aus der Entfernung. Mal lass mal bitte nicht so weit rennen. Ich bin noch hier oben. Ja ich bin hier unten durchgegangen. Weil du das gesehen hast. Hier ist auf jeden Fall noch richtig viel Glowsdown. Ok. Und da unten ist Nick. Da ist ne Festung. Aber glaubst du da war schon? Ja da ist Koppis drin. Ok. Oh. Ich bin untergefallen. Ok komm. Wir sind ein bisschen später mit dem Nether. Na was? Kommst du schon rück? Ja ich würd sagen wir gehen weiter oder? Ja warte kurz. Warte ich hol mir ganz kurz hier rote Pilze die hier waren. Ok. Mal zurück. Ähm ja 30 Minuten Folge. Habe ich schon gesagt ne? Ja genau. Und äh wichtig ist jetzt. Dass wir jetzt schnell die Netherrüstung komplett machen. Heißt nicht sprinten. Hm. Ja warte ich kann jetzt noch mal ein paar Pilze ummachen. Immer schön nah am Craftingfeld Quabo. Damit du es schön schnell recraften kannst. Egal ist verstehst du jetzt nicht mehr. Hast du genug Pilze? Äh ich hab relativ genug. Ja sagen wir mal. Wir bringen 15 Minuten hier drin und dann gehen wir raus oder? Ja warte mal. Ja also. Äh. Entschaden auf Level 1? Ja. Ja. Jetzt mal kurz ein Crafting Ding. Qua. Also wie viele Pilze hast du? Hast du genug? Kann ich mir vielleicht den Helm nochmal machen? Ich könnte ihn mir machen. Nein. Ja ich glaub ich mach mir den auch nochmal. Nein. Spiel ist gecrashed. Willkommen im Club. Ja aber das Video läuft weiter. Ich mach keinen Cut. Achso. Ja bei mir bricht's halt die Aufnahme dann dabei immer ab. Das ist voll nervig. Ne ich hab OBF. 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 Hm. Das ist jetzt scheiße. Warte da auf jeden Fall. Ja ich bin noch da. Wieso ist das gecrashed? Ich weiß es nicht. Hast du vorhin auch was mit der neuen Rüstung gemacht? Vielleicht ist das deswegen gecrashed? Nee. Protektor. 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 Vielleicht nicht. Mann es crasht einfach. Ach. Ja. Egal. Warte mal. Ich frag mal ganz kurz. Wie war der... Weak Time. Geht's jetzt? Ja. Geh wieder drauf. Mann ist das scheiße. 2 wieder da. Ja. Ich hab jetzt Protektile Protection drauf gekriegt. Ja. Ich hab Aqua Infinity und Protektile Protection wieder auf dem Helm. Kann's nochmal versuchen. Ja. Ich hab mir ganz kurz hier mal das ganze Quarz. Um jetzt mal Level zu holen. Dann kann ich meinen Bogen... Auf. Genau. Perfekt. Ich hab zwei Helme die weg... Scheiße. Dann soll ich die wegschmeißen? Na warte. Ich repariere den. Dann bekomme ich doch einen oder? Ja genau. Genau ja. Okay Quarz ist hier richtig schön viel. Das ist geil. Warte. Was soll ich mit der Einrüstung? Ich behalte ihn mal ne? Ja ja. Perfekt. Also behalten. Perfekt. Nehmen wir den Enchanter wieder mit ne? Ja ja. Ne lass stehen. Okay lass stehen und dann gehen wir weiter oder? Ja okay. Lass noch unsere Schwerter mit in die Lava werfen. Du siehst wo ich bin ne? Ähm nein. Lauf mal einfach geradeaus weiter da. Einfach geradeaus weiter da? Richtung 2. Toll. Ich hab Cloudstone unterirdisch gefunden. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm. Auch? Crap. Pussy is. Running alter. Ich glaub die wollen nur kommen wenn irgendwie Action hier ist. Oder so. Solche sind das. So ne cool. Ach schade ich kann die nicht schlagen alle hättest du dich erschocken. Ne ne ich bin cool. Unter uns ist ne Nervenfestung. Pass auf. Okay ja. Äh kannst du mal ganz kurz den Amboss dings nehmen. Pass auf das. Du hast den nicht. Nein. Ach oh ich hab ihn. Boah Junge. Okay jetzt hab ich jedenfalls auch Power 3. So aufbogen? Ja ja. Und pass schön auf dass du nicht die Dinger schlägst ne. Wenn wir hier runterspringen einfach. Jojojo. Warte ich mach dir mal einen sicheren Abding. Soll ich da mit runter kommen? Ja wär schon äh. Ja warte ich hol dir das ganze Quarz halt. Okay dann ja dann lass mir die Nether Bricks da holen ne. Und dann. Ja stimmt. Ein paar hab ich noch dann hol ich mir. Warte mal ich hol mir dann noch Glowstone da hinten. Ähm. War hier noch so schön. Hier ist ne Kiste. Ich seh die hier. Ist die gelootet? Ah hier hat sie auch jemand drüber gebaut. Ja wahrscheinlich. Aber ich guck lieber mal. Ähm und wir auch im Squad erzählt ein paar Leute haben sich wieder äh tot gebattelt. Oha stimmt wir sind eigentlich voll gut dabei mit unseren zwei Legen. Ja jetzt wieder. Hat sich hier jemand drüber gebaut? Boah ich bin so angespannt bei sowas jetzt gerade. Jojo. Ist aber nix. Äh hier gibt's Nether Warzen ne? Nein. Doch. Du hast Nether Warzen gefunden. Nein aber hier ist ein Platz wo Nether Warzen wären aber da sind keine. Okay dann hat einer Nether Warzen. Shit. Und hier ist noch ein Platz. Und da die sind auch weg. Ja klar ich würde jetzt auch alle mitnehmen. Okay ich hab richtig viel Glowstone. Also lass gleich nochmal. Lass uns Protection 2 am besten machen. Warte hier hat sich jemand reingebaut. Die Bücher haben wir in der Base ne? Alter. Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Ich denke aber schon ja. Okay. Ne der Amboss der wird noch ein bisschen was glaube ich halten. Hier ist zugebaut oder? Ist es zugebaut oder gehört? Ist es so. Also ich bin noch über dir ne? Über mir? Ja. Also ich glaube ich bin über dir. Ich bin mir nicht mehr. Ich meine ich bin über dir. Jetzt würde es gehen jetzt. Sag ich nochmal was zu? Ja pass auf die machen noch Schaden ordentlich. Ach. Echt? Ja. Ey lol es ist weg. Okay. Soll ich jetzt zu dir runter kommen? Wie viel Level hast du denn jetzt im Moment? 16. Oha. Weil ich gerade ein paar mal Enchanted habe. Ist gut. Wahrscheinlich hat er auch gerade neun noch gehabt. Gut warte ich glaube ich hoffe mal ich finde dich jetzt. Ich bin jetzt voll weit weg gerannt eigentlich. Weil hier noch ein Teil von der Festung ist. Na willst du nicht zu mir irgendwie hoch? Nö. Okay. Aber warte gleich. Weißt du wo wie du zu mir kommst? Ähm wenn ich wüsste wo du bist dann wüsste ich es. 120 minus 155. Oh ne nicht Koordinaten. Sag mit deiner Koordinaten dann sag ich dir wo du hin musst. Ne ja ich warte sag nochmal. Ich bin bei 120 und minus 230. Mein Set ist 80. Oh Gott. Oh tschisch. Was? Nix nix. Ähm was ist dein Set? Äh minus 250. Hier drin sein. Minus 250. Minus 250 yes. Ah seh die Festung jetzt auch ist. So. Bist du nicht drin? Nein. Aber jetzt gleich. Also ich seh dich. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen wo du bist. Ich geh da rein weiter. Okay ciao. Sorry die Model. Hier bist du oder? Nein guck mal wo ich bin. Ja. Hä wo bist du denn? Ja warte. Ich bin jetzt in der Festung. Mann jetzt bist du. Hier guck mal siehst du mich. Ach da oben. Komm hoch. Okay jetzt da. Hi. Hi. Lass mal ganz kurz. Ein. Nur so ein bisschen. Äh ich würd sagen wir haben jetzt ungefähr 14 Minuten. Okay dann stell mal ganz kurz den Enchanter bitte auf. Willst du es jetzt machen? Hast du die Workbench? Äh ja. Okay plant immer. Ne ich hab hier Glowstorm für dich und jetzt macht jeder sich noch eine zweite Rüstung. Wenn dir was fehlt also ich hab auch noch Quarz und alles also. Ne ich hab auch alles. Warte ich Enchant schon mal gleich. Protection und Aqua Infinity. Protection wieder nice. Chestplate. Soviel Quarz. Hä? Achso ich bin so. Mann dass man sich diese kurzen Crafting Rezepte nicht merken kann ne. Ich bin da so behindert. Oh Gott. Ja ja ich auch. Okay Amboss stell ich auch schonmal hin. Fuck mein Spinnnetz ist meine Rettung. Meine Rettung? Was hab ich hier jetzt falsch gemacht? Oha also ich hab gar keine Level. Nicht? Ne kannst du mir die hier zusammen machen? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Mal jetzt erstmal Enchanten. Na ich hab nur Scheiße auf die letzten beiden. Was? Ich hab mir jetzt gegeben. Chest ne? Ja kannst du mir die zusammen machen. Hier Level ja hier. Danke. Na gut dann müssen wir gleich noch Quarz farmen. Damit wir Level haben. Ja warte ich mach mir jetzt erstmal neue. Noch. Weil bei mir grad richtig fail Enchant war. Warte ich mach erstmal meine Posting als Sterne. Ah nicht Enchant da. Hier. Oh Mann fuck. Ich hab jetzt Protection und Protection Aqua Infinity geht das auch. Aber es kostet 10. Ne dann. Ja dann ist es wegen dem extra Dings nochmal teurer. Boah was craft ich hier. Jetzt hab ich Unbreaking und Protection. Oh Mann was ist das? Das sind auch 10 Level. Scheiße. Ja ich hab auch richtig Pech gerade. Hab ich mir anders vorgestellt den Plan hier. Ah dann mach ich es so. Weil wenn es mehr kostet ist es ja scheiße. Ja auf jeden Fall macht ihr einfach mal schon so viele Rüstungsteile. Ah Protection Feather Falling. Fuck. Macht ihr aber auf jeden Fall so viele Rüstungsteile wie halt gehen weißt du. Ja ja. Dann das Enchanten kann man ja immer noch woanders machen so. So Brust hab ich fertig. Zack zack. Machen wir noch nen Helm und dann verzeuge ich nochmal. Protection 3 wäre halt auch krass ne. Oh ja. Also ich lass das mal stehen bei dir ja. Oh ich hab zweimal Protection und Ding. Klasse jetzt wie ich gerade am Fail Enchanten bin. Ok jetzt hab ich zweimal Protection und kann es aber nicht zusammen machen. Ja dann behalte es weil hier ist überall noch Quarz und können wir das noch holen. Dann machen wir das jetzt noch in der Folge hier. Also nur jetzt hier Farmen? Naja ich will jetzt nicht hier unbedingt raus wenn noch das verpackt ist. Ich würde mal trotzdem Amboss und so nehm ich trotzdem mal mit ja. Ja ja ist besser. Vor allem hier kommt jemand hin und wir sind. Ja aber trotzdem also so. Das Protection 2 bringt schon ein bisschen was. Ja ja das ist klar. Und wenn wir halt sogar noch Protection 3. Ich mein wir können halt so lange hier bleiben wie wir wollen ne. Pilze gibts hier. Ich mein ich schieße nen Ghast auf mich. Ah nicht getroffen. Monshot ist eh ne. Och jo. Ich bin wieder Level 1 bei der will. Ja ich bin gar kein Level. Mann der Ghast geh weg. Das schieße ich auch noch ohne die Pfeile. Ich treffe den Graf nicht. Ich hab ohne die Pfeile grad verballert. Äh. Mir ist übrigens mal aufgefallen du hast den einen Kuchen hast du Dings weggehauen ne. Ne den hab ich in der Base platziert. Ja aber den hättest du eigentlich so Survival Games mäßig auch in so wichtigen Situationen so weißt du. Äh. Hab ich. Ja ich weiß aber. Egal. Ich denke mal in der Base macht er sich nützlicher. Nicht. Keine Ahnung war so ne Kurzschlussreaktion. Mann warum hat mir denn keiner geschrieben. Ich hab hier auch kurz wo du raus warst hab ich gefragt wie dieser Command ist. Aber hat mir auch keiner geantwortet. Zeit? Hm? Wie die Zeit meinst du? Ne ja wie der Befehl mit der Weak Time ist. Ich dachte Slash Weak Time und dann unseren Team Namen. Oder. Hm. Gib mal Time Weak ein. Hab ich auch schon. Ah ok. Ok. Fabo. Ja? Ich hab eher du musst deinen Spieler Namen eingeben. Und jetzt gib mal bitte deinen Namen ein. Gib mal bitte deinen Namen ein. Guck mal wie viel wir haben. Warte warte warte. Gib mal bitte deinen Namen ein. Nur Slash TheFabo? Ne Slash Weak Time und dann äh TheFabo. Was? Ähm. Mal breiter wieder resetet ne? Ja. Wir haben Dienstag. Mhm. Ja das ist halt jetzt die Folge die wir jetzt aufnehmen. Ja läuft bei uns. Also auf jeden Fall 17 Minuten so. Vier Tage, drei Tage vom Reset. Alle. Ihr müsst euch vorstellen. Alle. Alle sind irgendwie weiter wie wir. Weil wir haben das am Anfang echt ein bisschen blöd verstanden. Mann. Hast du den Enchanted dabei schon ne? Ich hab alles dabei ne? Jackbench auch? Ja ja ich hab alles. Nice. Ja ist halt die Folge jetzt. Wir nehmen ja am Donnerstag nehmen wir alles auf was wir aufnehmen können. Wir können theoretisch noch ne zweite Folge noch machen ne? Ah ich glaub das passt bei mir in der Zeit ja nicht. Schaffst du nicht vom Hochladen oder wie? Achso du hast keine Zeit mehr hast du das ja Schule ne? Ich glaub keine Zeit mehr. Ich weiß nicht. Muss ich gucken. Vielleicht schon. Also sehen wir also alles was jetzt hier drauf ist ist sozusagen. Also haben wir noch 12 Minuten. Wenn der hier sagt 18 Minuten dann können wir noch mehr als 18 Minuten aufgenommen haben jetzt in der Session ne? Ja doch weil du bist Disconnected ich bin Disconnected. Ja aber das haben wir ja nicht auf dem Server aufgenommen unseren Disconnect. Heftig. Glaubst du? Es ist ja eh egal. Ja es ist eh egal. Es geht ja einfach nur. Also wir können ja so viel aufnehmen wie wir wollen. Letztendlich können ja gar nicht dann aufnehmen mehr. So warte mal. Ähm. Ich würde jetzt ganz kurz hier die nächsten Teile entscheiden. Ey ich hab auch schon wieder 17. Was? Ich hab voll viel Level. Ja ja das bringt richtig viel das Zeug. Stimmt. Ich könnte hier eigentlich echt voll lang bleiben wenn wir genug Holz hätten. Deswegen. Ja ich hab Sticks und ne Workbench. Sind die geliftet? Ja die sind kurz rausgegangen. Bin ich gar nicht drauf. Wo bist du? Alter. Platzier mal nochmal grad. Mhm. Und dann jump dich. Boah wie weit man den Amboss einfach fällt wenn du den platzierst. Das ist gefährlich. So. Komm jetzt gib mir mal bitte ne Protection Hose man. Bitte spiel. Hey es gibt ein Pilz Biom. Keine Ahnung was er will. Mann Blast Protection einfach so Pech. Hast du Essen? Äh Pilze oben nur. Warte ich kann dir gleich was geben. Okay ich hab jetzt Glück gehabt mit den Schuhen. Ich hab Protected 2 jetzt so. Ich hab auf Brust und Dings. Also was brauchst du? Du brauchst Pilze oder was? Äh mach mal Backbench ja. Achso. Ah jetzt hab ich dir meine Dings gegeben. Kannst du mir die dann vielleicht wieder geben? Warte. Matze? Ah es geht ja nicht so. Quick droppen. Matze. Quick droppen. Hä wieso Matze? Kennst du nicht? Also ich sag immer so. Ich sag immer zu ganz vielen Leuten immer Matze. Ist keine Ahnung. Ne ich hab jetzt ne Unbreaking Protection Hose. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja das du als 2 kriegst ist halt mega Pech. Class Protection oh man. Mach mir mal gleich ein paar mehr. Oh ich geh da weg. Ich seh es grad nur so im Hintergrund. Wir sind eh feuerresistent oder? Stimmt. Wolltest du gleich mal testen? Ja bin dabei guck mal. Hi. Ich glaub ich muss gar nicht gucken. Bist so cool ne? Bist so cool genau. Trash ist der Grund bis ich da nicht hingeguckt hab. Okay mein Glowstone wird aber auch wieder knapp also. Ja endlich Protection. Ah ich auch jetzt. Man geht doch. Der Armbrus geht bald kaputt ne? Ja. Also ich hab jetzt fast alle Teile außer mein Helm auf Protection 2. Weil wenn wir erstmal alles Protection 2 haben. Ich glaub Protection 3 ist das zu viel. Ist doch gut wenn wir zu viel haben. Nein ich mein aber ob wir das jetzt hinkriegen. Ich hab überall Protection 2. Ja das ist schon mal gut. Aber wir haben auf jeden Fall noch 2 Protection Bücher. Das können wir auch zum Protection 2 machen. Also können wir ein Teil auch nochmal so Protection 3 machen. Warte ich mach jetzt die Hosen hier nochmal zusammen und enchanted die. Wenn ich jetzt hier Protection unbreak nicht hasse. Ey schon wieder? Ich bekomm immer 2. Du machst aber schon auf Level 1 ne? Ja ja Level 1 klar. Protection. Nice wenn ich jetzt nochmal Protection auf die Hose bekomm. Äh wenn du fertig bist bau du mal den Dings ab ja. Ich fahr mir jetzt gleich nochmal Ding. Ja aber bau mal ab. Nein Projekt Deal. So jetzt schon abbauen? Ah wartet hier ist ein Ding ne? Gast. Wir beide failen. Okay nice. Ähm ich brauch noch ein bisschen. Ja ich brüchte ich muss mir neuen Helm machen. Also ich hab nicht mal einen normalen Protection Helm. Ich will jetzt jetzt hier extra abbauen. Nur wenn ich kurz weg renne und dann da was abbaue. Wie dumm wär das. Ah da hinten ist was. Gut gut gut. Na ich bin ja auch noch im Umkreisch. Ja das bin ich auch. Das wär dumm jetzt das extra. Ja das ist voll entspannt so mit dem Befehl nachzugucken. Acht Minuten noch ne. Wie gern ich dich da jetzt runter geschossen hätte wenn ich den. Ja ja. Na das geht echt nice. Okay. Nice ich kann ein Protection Ding machen. Also hast du alles jetzt dann? Ja. Nice. Nice. Ne jetzt fehlen mir 4 Level. Ja ok. Soll ich die Zombie Pigments killen? Ja mach mal. Vielleicht droppen die uns ein paar Goldschwerter. Eigentlich könnten wir so richtig krasses Goldschwert Charpness machen ne. Ja aber ne alter. Ja schnell mal Charpness 5. Oh man. Ich hol mal kurz noch äh. Mensch Spitzhack ist im Arsch. Guck mal kurz noch äh Quarz 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 genug. Wir haben nicht mehr gewusst. Wie heißt das Ding jetzt? Heißt das? Wahnsinn. Aber ich glaub. Wir sind echt erst bei Folge 10. Aber ich glaub wir sind schon relativ weit. Ganz ehrlich. Oh Gott. Das einzige Ding was bei uns halt schlecht ist ist halt dass wir unseren Armboss und Enchantment Tailor einfach stehen lassen. Ich bin echt weiter weg alter. Das wär echt behindert ausgegangen. Warte ich fahr mal gleich ein bisschen mehr Level ne. Weil ich mehr brauch für Protection 3 Hose. Okay. Ich baue es ab ja. Äh ja ja. Wir haben jetzt äh 25 Minuten. Ich hab 23. 24 hab ich. Bin jetzt auch vor meiner Aufnahme aufgegangen. Also jetzt am. Jaja. Ja. Achso. Ja. Ich hab halt Weak Time auf. Coach Befehl. Äh. Wo bist du jetzt? Welche Richtung bist du in lang gelaufen? Keine Ahnung. Ich komm eh gleich wieder weg. Okay. Wenn du weißt. Alter. Ich hab grad zugeleckt. Weil auf einmal vor mir 10 Zombie Pigments gespawnt sind. Und noch mehr. Wie viele Pilz hast du? Gar keine. Okay. Kritisch. Für mir waren grad welche. Ja. Bau mal immer welche ab ne. Nicht vergessen. Hier Spitzhacke hält auch nur noch zur Hälfte. Ja. Okay. Ich kämpfe mich hier schon mit der dritten Steinspitzhacke durch. Kann man Quart mit Stein abbauen? Ja. Siehste. Kannst du mit Holz abbauen. Echt? Yes. Gar nicht. Ich geh mal kurz noch ein bisschen weiter weg. Weil hier rote Pilze sind. Geben die noch oben. Ja. Ich hab jetzt auch noch hier braune. Also ich hab dann. Ja. Ich hab jetzt 7. 7. Ne. Sogar noch mehr. Aber ich kann mir 7 Pilze machen. Ich kann jetzt auch wieder ein paar machen. Ja. Das ist eigentlich perfekt. Also wenn wir hier kein Essen finden würden, wären wir schon so lange tot. Oh ja. Na klar. Also. Das ist vorher noch ab. Dann komm ich mal wieder. Ich glaube ich bin bei dir in der Nähe auch. Wie? Wieso beißes? Ich glaube ich bin in deine Richtung gelaufen. Okay. Das war jetzt gerade so ein unnötiger Craft wer es jetzt gerade gesehen hat. Was hast du denn gemacht? Ich hab meine Pilze so richtig nubig zurück gestackt. Oh. Ich hab keine. Hä? Wo sind meine Schüsseln? Ball Drop. Oh man. Du wirst da hin. Ja. 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 Das ist einfach diese Scheiße. Ne. Ich hab echt keine Dinger mehr. Keine Schüsseln. Na. Ich hab 10 Stück. Ich hab 10 Stück. Ja. Ich will es nicht riskieren aber ich machs. Musste dich auch erstmal so vom Quick Drop musst du dich erstmal abgewöhnen. Oh. Level hier gesnockt. Ne weg. Also ich bin jetzt. Mich würdest du jetzt nicht finden. Warte ich bin bei 250 minus 320. Was? 200? 50 und minus 320. Kann ich mehr sprinten. Ich hab Hunger. Warte 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 warte. Chill chill chill. Sag mir deine Koordinaten. Also ich hab kein Essen mehr und kann nicht mehr sprinten. Warte. Aber ich hab noch 3 Hungerball. Chill. Sag mir deine fucking Koordinaten. Warte. Ich bin bei X 230 und Y 70 und Z minus 200. 60. Schwa. Wo bist du denn lang gelaufen alter? Ich bin jetzt da wo wir den Enchantment gehabt haben. Da bist du. Genau da. Wo wir vorhin waren. Genau da aber gleich. Ich seh dich. Alles cool. Bleib. 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 Bleib ruhig. Bleib. Chill. Wo bist du? Ah da. Okay warte ich bleib stehen hier. Ähm. Hier Pilze. Ja. Ja. Cooler. Cooler Trait. Cooler Trait. Okay ich baue kurz auf alles ja. Okay ich baue jetzt nochmal einen Helm. Okay der Helm ist. Ich nehm mal die noch. Ähm. Okay ich mach jetzt das und das. Dann bekomm ich das. Das und das. Ja. Dann habe ich jetzt alles auf Prot 2. Okay warte. dann können wir easy protection 3 machen. Geht da dann raus ja. Ja ich werde dann raus oder. Okay. Weil ich habe jetzt hier noch. Mangel. Äh. Massen an. Bart. So. Ja. Ja. Ähm. Ja ich mein ganzes Infus. Langsam. Glowstone habe ich 11. Ich habe noch 15. Äh. 35 nether bricks. Also wir können raus. Weil dann lasst uns erstmal nächste. Hast du. Wenn habe ich. Äh. Was ich nur höchstens mitnehmen würde. Wäre noch glowstone. Oder hast du. Ja glowstone und nether bricks vielleicht. Aber ne. Lass es einfach gehen jetzt. Ja gut. Nether bricks können wir auch schmelzen. Stimmt. Hast du. Hast du netherrack? Netherrack habe ich einen Stack ja. Aber das ist. Ei. Acht stück ist nur eins. Wo müssen wir. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Hier sind noch Filze. Mhm. Ich glaube hier links hoch jetzt. Wollen wir die Folge einfach so lange machen bis wir beim Brutal sind? Ja hier. Hier. Ich weiß den Weg schon. Okay. Gut alter. Wir haben jetzt einfach 30 minuten. Ich bin jetzt bei 30. Ja ich auch. Sollen wir hier beenden? Hier? Hier? Hier in der Wand. Moment. Ja meinetwegen. Oh hier ist ja noch Level. Warte. Die nehme ich nur mit. Weil dann entscheide ich schnell noch. Dann ziehen wir hier nochmal schnell alles. Mal ein bisschen überziehen können wir ja. Naja. Sie haben sie überlassen. Ja wir dürfen alles so machen. Wie wir das wollen. Okay das ist jetzt schon stark beschädigte Ding. Wie wir das machen. Okay schade. Ähm. Abbauen. 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 Und dann. Einbauen und beenden. Weil. Ja ich habe jetzt. Ich habe jetzt zwar noch Protection und Protection aber. Halt. Ja und so ist das auf jeden Fall gut. Also wir sind gut dabei mit dem Ding. Ich komme hier rein. Da baust du dich auch woanders rein. Wo bist du denn hingegangen? Hier. Hinter dir. Halt alles rum. Okay ja. Aushöhlen deswegen genug Platz haben. Und damit wir es bequem haben. Ähm. Okay ich würde sagen. Wir login uns. Arrows Team Team Team. Truth. Ja okay. Okay. Auf jeden Fall war es das jetzt von der 30 minütigen Folge. Wir nehmen jetzt gleich gleich oder irgendwann später nochmal eine. Auf jeden Fall seht ihr nach dieser Folge noch eine 30 minütige Folge. Ja.